Ich habe das Recht, einen Anruf zu tätigen, werte Frau Eimittlerin. Ein externes Telefon. Hallo Chef, hier ist Michael Clark. Ich bin immer noch an der Armstrong-Entführung dran, aber es gibt ein kleines Problem. Ich wurde an einem Ort erwischt, an dem ich nicht sein sollte. Ich bin auf der Polizeiwache. Nein, ich bin nicht verhaftet worden. Ich werde nur verhört. Mich feuern? Und warum? Die Integrität des Senders? Das soll wohl ein Witz sein, oder? Wenn Sie glauben, dass ich es so sehr vermasselt habe, dann feuern Sie mich doch. Verstanden? Feuern Sie mich. Ja, machen Sie schon. Das lief ja nicht so gut. Ich glaube, ich habe meinen Standpunkt klargemacht. Wie geht es jetzt weiter? Gehen Sie vor. Dann werden wir uns unterhalten. Schauen wir uns aber trotzdem erstmal ein bisschen um hier, ne? Vermissten anzeigen. Da können wir noch rein. Hier können wir überall nicht rein. Moment. Moment. Ich gehe jetzt erstmal kurz da rein. Ich weiß nicht, ob ich vorher noch mit jemandem sprechen muss. Ist natürlich geil, dass ich da jetzt die Tür öffnen lasse. Und übrigens, hallo und herzlich willkommen zurück. Das habe ich total vergessen. Ähm. Kann ich hier noch irgendwas machen? Nö. Ich kann mir das Ganze also quasi nur angucken, ja? Na gut. Der einzige bequeme Stuhl in der ganzen Station. Aber es bleibt keine Zeit zum Ausruhen. Nö, nee. Wir haben noch Wichtiges vor uns. Wir müssen ihm zum... Fallakten. Eine Menge davon für unsere kleine Stadt. Zum Geständnis bringen. Das wollte ich sagen. Ein zusätzlicher Computer, damit ich nicht den ganzen Weg zu meinem Schreibtisch gehen muss. Für ihn ist das alles nur ein Spiel. Und er rechnet nicht damit zu verlieren. Tja, dann zeigen wir ihm mal, wie gut wir spielen können. Was man zugegebenermaßen in der letzten Folge nicht mitbekommen hat. Obwohl ich den Trick mit der Lautstärke ja schon mal hatte und schon mal drauf reingefallen bin. So. Nachdem wir jetzt eine Probe ihrer DNA haben, können wir beginnen. Interview mit dem verdächtigen Michael Clark. 18 Uhr, 30. März 2019. Dieses Interview wird aufgezeichnet. Zweifellos von Elfen hinter dem Spiegel. Sie wurden an einem Tatort verhaftet, an dem sie das Absperrband der Polizei beschädigt haben. Ich zahle gerne für eine neue Rolle. Das ist ein Vergehen der Klasse A und wird mit einer Geldstrafe von 500 US-Dollar geahndet. Oh. Das ist bedauerlich. Zunächst einmal. Wo waren Sie in der Nacht, als Daisy Armstrong entführt wurde? Ich habe in meinem Hotelzimmer fern gesehen. Aber ich hatte meinen Polizeiscanner eingeschaltet. Ich hörte die ersten Berichte, dass das kleine Mädchen vermisst wurde. Die Polizei am Tatort hätte mich auf keinen Fall in die Nähe gelassen. Ich habe mir den Wecker gestellt, damit ich gleich am nächsten Morgen an der Story arbeiten konnte und versuchte zu schlafen. Das war kein einfaches Unterfangen. Kann jemand bestätigen, wo Sie waren? Nein, ich fürchte nicht. Ich war allein und schlaflos. Eine traurige Kombination. Und wohl ein schlechtes Alibi. Hm. Was haben wir denn da? Hier sehen kann ich ja nicht. Ja, gut. Möchtest du ihn befragen? Ja, warum sollte ich nicht? Sie sagen, Sie sind Journalist. Ein freier Mitarbeiter für Channel 6 News in Boston. Ich verkaufe meine Storys an viele Medienkanäle. Was ist das wichtigste Thema? Der Name des Chefredakteurs, die Kamera natürlich. Ihre Kamera war in Ihrem Pickup. Sie wollten keine Fotos vom Tatort? Ich mag es, die Gegend zuerst zu erkunden. Sobald ich die Story sehe, die ich erzählen möchte, fange ich an, sie zu dokumentieren. Ich kenne keinen Journalisten, der an einem Fall arbeitet, ohne seine Kamera griffbereit zu haben. Er glaubt, er sei unbesiegbar. Ich muss mit seinem Ego spielen. So komme ich an ihn ran. Was machen Sie in den Berkshires? Und was ist Ihre Verbindung zum Fall Armstrong? In den letzten Monaten habe ich an einem großen Fall gearbeitet. Boston 6 News hat sich schon auf meine nächste Story gefreut. Die Armstrongs stehen schon seit langem auf meiner Liste möglicher Ziele. Ich habe einen anderen Gang eingelegt, als Daisy entführt wurde und begann über die Armstrongs zu recherchieren. In den letzten Monaten hat er einen großen Fall gearbeitet. Also die haben gesagt, das ist schon Monate her, dass er sich gemeldet hat. Die haben sich auf die nächste Story gefreut, das ist richtig. Stehen schon seit langem auf seiner Liste, weiß ich nicht. Ah, ja, 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 als Daisy entführt wurde, weil er hat nämlich Fotos, wo Daisy noch drauf war. Sie sind also einfach so während ihres Aufenthalts in den Berkshires über eine große Entführungsstory gestolpert? Ja, ich habe nach Spuren von polychlorierten Bifanyl im Fluss geforscht um Himmels Willen. Und dann, wow, die Armstrongs. Das ist kein Bericht, den man jeden Tag sieht. Das ist eine Spur. Ja, manchmal hat man einfach Glück. Mhm. Ihre Kamera im Pick-up. Auf ihr waren Fotos von Daisy, bevor sie entführt wurde. Die Armstrongs sind eine berühmte Familie. Wie die Kennedys oder Hollywood-Paare. Klatschseiten lieben sie. Die Leute wollen sehen, wie sie leben. Am Anfang habe ich nur Schnappschüsse gemacht. Paparazzi leben davon, dieses eine exklusive Foto zu bekommen. Heiß, intim, was auch immer. Als es dann zur Entführung kam, wurde mir klar, dass ich zuerst hier war. Was für eine Gelegenheit. Und ich habe sie ergriffen. Sie haben auch auf alles eine Antwort. Sie sind nicht sehr gut in Ihrem Job, oder? Wie lange machen Sie das schon? Lange genug, um sie lebenslang wegzusperren. Wenn Sie das kleine Mädchen getötet haben. Ja, er sieht extremst von sich eingenommen aus. Kommen wir nun zu den Benzinkanistern und dem, was wir in Ihren Taschen gefunden haben, als sie heute hierher gebracht wurden. Hm, das klingt spannend. Erstmal, woher wusste er von einem Bunker, genau? Woher wussten Sie, dass sich am Ende des Grundstücks ein Bunker befindet? Wie kann Ihr Forensikteam das übersehen? Sie haben sich auf die Hütte konzentriert. Da draußen war es stockdunkel. Kleinstadtpolizisten mit Kleinstadtgedanken. Tut mir leid, das war unhöflich. Wissen Sie, ich bin ein bisschen wie Sie. Meine Aufgabe ist es, etwas zu finden, das die Zuschauer einer Nachrichtensendung sehen wollen. Sie tun es für die Gerechtigkeit. Ich für das Geld. Ich habe einfach ein besseres Gespür als Sie. Ich weiß, dass Sie lügen, Mr. Clark. Ich bin Ihren Fußspuren von der Hütte aus gefolgt. Und Sie führten direkt zum Bunker. Er war sehr gut versteckt. Man musste wissen, dass er da war. Denken Sie, was Sie wollen. Stimmt, die Fußspuren. Denen sind wir zwar nicht gefolgt, aber... Beginnen wir damit, warum Sie die Hütte aufgesucht haben. Wenn die Polizei daran interessiert ist, bin auch ich daran interessiert. Gut, die Adresse der Hütte. Wo er die her hat, würde mich auch mal interessieren. Ich weiß nicht, was die jetzt mit dem Pickup meinen. Meinen die jetzt irgendwas... Also meinen die jetzt, dass der Pickup ihm gar nicht gehört? Naja, woher wusste er davon, dass die Hütte da ist? Sagen wir es mal so, ne? Wie haben Sie die Hütte gefunden? Polizeifunk. Ich habe gehört, wie das Forensikteam Anweisungen erhalten hat. Als Sie dann am späten Vormittag endlich den Tatort verließen, sprang ich in meinem Pickup und bin den Berg hoch. Sie haben das Absperrband an der Einfahrt zum Grundstück zerrissen und sind im ganzen Haus herumgetrampelt. Das ist eine schwere Verletzung eines Tatorts, Mr. Clark. Dessen bin ich mir bewusst. Es tut mir leid. Ich werde die Strafe bezahlen, aber ich habe mich hinreißen lassen. Es kommt nicht oft vor, dass ich einen Tatort ganz für mich alleine habe. Er genießt das Verhör. Ich muss ihn irgendwie aus der Fassung bringen. Ihn überraschen, damit er einen Fehler macht. Erklären Sie mir noch einmal, wie Sie zum Tatort gekommen sind. Ich habe die Funkfrequenz der Polizei abgehört. Das kann jeder mit einem Scanner. Ich fuhr mit meinem treuen Pickup zum Tatort, wie ich es schon seit Jahren tue. Nachdem das forensische Team gegangen war, musste ich mir den Tatort selbst ansehen. Ich habe den Bunker kurz vor Ihrer Ankunft erreicht. Ich habe die Funkfrequenz mit einem Scanner. Ich nehme mal an, dass die schon den richtigen Scanner meinen. Ich fuhr mit meinem treuen Pickup zum Tatort. Ist gelogen. Ich gucke nochmal eben die anderen Sätze an. Musste ich mir den Tatort selbst ansehen? Ja, das denke ich mal schon. Ich habe den Bunker kurz vor Ihrer Ankunft erreicht. Kann auch nicht sein. Ja gut, ich weiß nicht, wie lange er sich da drin aufgehalten hat. Aber er hat ja den Kanister da schon drin gehabt. Also ich denke mal, mit der Lüge meinen Sie jetzt, dass es nicht sein Pickup ist. Sie sagten, Sie fahren den Pickup schon seit Jahren? Sie haben richtig gehört. Dank ihm verpasse ich nie eine Story. Ähm, Fahrzeugbrief genau. Sie sagen, dass Sie Ihren Pickup schon seit Jahren benutzen. Aber die Zulassungsbescheinigung ist nicht auf Ihren Namen ausgestellt. Der Truck gehört einem Mann namens Steven Baker. Okay, ich verstehe nicht, warum der Pickup für Sie so wichtig ist. Aber ich schätze, mein Ego war hier etwas im Weg. Ja, der Pickup wurde mir von einem Freund geliehen. Ich könnte ihn mir nicht mal mit einem Kredit leisten. Ich glaube, Sie haben ihn gestohlen, Mr. Clark. Für das Gelände hier brauchten Sie einen Wagen mit Allradantrieb. Also haben Sie ihn gestohlen. Beweisen Sie es. Aber während Sie sich auf eine wilde Katze-und-Maus-Jagd begeben, können Sie mich nicht hier festhalten? Ich weiß, dass Clark lügt. Ich muss die gesamte Abfolge der Ereignisse rekonstruieren, um zu verstehen, was passiert ist. Und keine Sorge, die können ihn erstmal eine Weile festhalten. So. Clark öffnet den Bunker. Durchbricht das Absperrband. Ja gut, ich weiß natürlich nicht, ob er erst drin war oder... schließt den Bunker, nimmt einen Kanister. Ich komme an und überrasche ihn. Das ist auf jeden Fall das Letzte. Davor hat er den Bunker noch geschlossen. Wirft den Banzinkanister in den Bunker. Ich komme an der Hütte an. Ja, das kann natürlich sein. Öffnet den Bunker, wird wahrscheinlich dann kurz vorher gewesen sein. Ich vermute mal, dass er als erstes dann das Absperrband durchtrennt hat und drin wohl mal geguckt hat. Ich bin eben doch eine verdammt gute Ermittlerin. Ich werde Ihnen sagen, was wirklich passiert ist. Sie haben gewartet, bis die Spurensicherung weg war und sind dann mit Ihrem wahrscheinlich gestohlenen Pick-up zum Tatort gekommen. Sie haben einen Benzinkanister aus Ihrem Wagen geholt. Sie sind dann in die Hütte gegangen, um nachzusehen, ob Daisy gefunden wurde. Dann sind Sie direkt zum Bunker gegangen, um zu sehen, ob er entdeckt wurde und haben geplant, ihn in Brand zu setzen und alle Beweise darin zu vernichten. Bevor Sie das Feuer legen konnten, hörten Sie mich kommen. Also ließen Sie eilig Ihren Benzinkanister zurück und schlossen die Luke. Sie dachten, ich könnte den Bunker nicht öffnen. Wenn ich Sie nicht gefunden hätte, hätten Sie wohl auch die Hütte niedergebrannt. Ich werde mich nicht über Sie lustig machen oder darüber, wie Sie mein Verhör gehandhabt haben. Sie sind offensichtlich noch sehr neu in diesem Job. Ich schwöre, ich sag die Wahrheit. Ich wusste nicht, dass der Bunker da war, bis Sie auftauchten. Ich scheine Ihren gesamten Polizeiapparat übertrumpft zu haben. Wenn ich die DNA-Ergebnisse aus dem Bunker habe, werden wir dieses Gespräch fortsetzen. Sie haben überhaupt keine konkreten Beweise gegen mich. Die Laborergebnisse werden bald da sein. Damit werden Sie nicht durchkommen. Sehen Sie diesen Anruf? Das ist Ihr Haftbefehl. Und ein Ticket direkt ins Gefängnis. Ich bin gleich wieder da. Guten Tag, Sir. Ich glaube, ich habe den Mann gefunden, der Daisy Armstrong entführt hat. Ich verhöre ihn gerade. Warten Sie, Herr Mittleren, Lockheil. Ich habe eine schlechte Nachricht. Jemand hat die Hütte und den Bunker in Brand gesetzt. Die Feuerwehr ist vor Ort, aber sie sagt, dass es zu spät ist. Das ist unmöglich. Mein Verdächtiger ist schon den ganzen Abend mit mir im Verhörraum gewesen. Wir können ihn nicht festhalten. Suzanne Moreau. Ihre Fingerabdrücke befinden sich auf den Weinflaschen, die in der Hütte gefunden wurden. Wir haben auch die Fingerabdrücke einer unbekannten Person gefunden. Aber sie stimmen nicht mit denen ihres Verdächtigen überein. Sir, bei allem Respekt. Ich bin überzeugt, dass Michael Clark etwas damit zu tun hat. Ermittlerin Lockheil, ich bin bereits nachsichtig mit Ihnen. Aber wir können Ihren Verdächtigen nicht festhalten, nur weil sie von seiner Schuld überzeugt sind. Wir haben Beweise, dass Suzanne mit einem Kompliz Noah Garrity zusammengearbeitet hat. Ich befehle ihn, den Reporter freizulassen und diese Moreau zu verhaften. Lassen Sie mich nur noch meine letzte Spur überprüfen. Die DNA-Analyse des Haares, das im Bunkertresor gefunden wurde. Die Ergebnisse sind gerade eingetroffen. Ich weiß, wie schwer das ist. Okay, holen Sie die DNA-Ergebnisse. Ermittlerin Lockheil, ich gebe Ihnen maximal eine Stunde Zeit. Dann schließen Sie die Akte und verhaften Suzanne Moreau. Vielen Dank, Sir. Hm, muss ich die jetzt so holen oder muss ich, äh, kann ich die am PC holen? Ich weiß ja nicht, also ich habe es so verstanden, dass sie die wohl am Handy hat. Ein zusätzlicher Computer, damit ich nicht den ganzen Weg zu meinem Schreibtisch gehen muss. Moment, was sagt er jetzt? Frage Clark nach seinen Komplizen. Da steht aber nichts von den Ergebnissen. Okay. Ja, Noah ist ja der Typ, ja, ja, klar, Noah ist der Typ, der einen das vorgemacht hat. Oh mein Gott, ich erinnere mich sogar noch an den Namen. Ich weiß, dass Sie Noah angerufen haben. Ohne meinen Anwalt sage ich nichts mehr. Bleiben Sie genau da, wo Sie sind. Ich bin noch nicht fertig mit Ihnen. Wow. Hör ich da etwa Gründe für eine Klage? Eine arme, unschuldige Frau wird anstelle von Ihnen angeklagt. Sie haben mir eine Falle gestellt, nicht wahr? Sie müssen mich gehen lassen. Alles, was ich brauche, ist ein weiterer Anruf im Labor. Ich weiß, dass Sie es waren und ich werde es beweisen. Hallo, hier ist Joanna Locke. Ich brauche die Ergebnisse des DNA-Tests, um den ich Sie gebeten hatte. Hallo, Herr Mittleren Locke. Leider haben wir nur die DNA-Sequenz. Wir hatten noch keine Zeit, Sie mit dem Verdächtigen zu vergleichen. Das wird noch ein paar Stunden dauern. Tut mir leid, aber Sie sind nicht die einzige Person auf der Warteliste. Schicken Sie Ihre Analyse an meinen Computer im Büro. Ich werde den Vergleich selbst vornehmen. Dafür brauche ich eine Genehmigung. Ich habe einen Mörder, der frei herumlaufen wird, wenn ich diese Ergebnisse nicht sofort bekomme. Ist ja schon gut. Wir schicken Ihnen die Ergebnisse sofort zu. Aber ich muss das protokollieren. Das ist meine letzte Chance. Soll der Idiot das doch protokollieren? Ich meine, wir wissen ja alle, dass manche Sachen mal ein bisschen unterm Tisch schneller passieren. Ach du Scheiße. Wollt ihr mich veräppeln? Äh, was soll ich denn da machen? Beweismittel Nummer 152. CGA. CGA. Moment, da ist rechts was. Das ist die erste Zeile. Bewegen? Achso, ich muss die bewegen. Bewegen. Achso. Äh, okay. Jetzt verstehe ich das. Um das nicht zu raten, das ist auch eher H. Nee. Nee. GCA. Aber da ist sonst gar kein CGA. CA. Ah! Muss ich das jetzt oben anlegen oder nicht? Oder muss ich das mittig machen? Oder äh? Unbekannte DNA aus der Hütte. Moment, wir nehmen jetzt erstmal das hier. A-T-C. 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 A-T-C ist hier. Äh, das stimmt. In den ersten zwei Zeilen überein. Ich hab doch keine Ahnung von dem ganzen Kram. Es wäre schön, wenn wir wenigstens einen Hinweis bekommen würden. Ähm. DNA aus der Hütte. John Armstrong. Das wäre der Vater. Aber der Vater ist so aufgebracht. Armstrong war doch der Vater, ne? Also Clark ist auf jeden Fall hier das Arschloch hier. Äh. Äh, der Journalist, so. Äh, C-C-G-A. Dreimal C ist hier gar nicht drin. Oder muss ich hier unten auf bestätigen drücken? Nee, ne? Nee. Okay. Ich dachte schon. Wäre auch zu einfach. Ähm. C-G-A. Ja. Die ersten zwei Zeilen, die würden übereinstimmen hier. C-G-A. Nee. Doch nicht. Nur die eine Zeile würde übereinstimmen. Mist. C-G-A. Die würden auch nicht übereinstimmen. C-G-A. Das stimmt auch nicht übereinstimmen. Ja gut, von Michael Clark sollte das auch eigentlich nicht sein, ne? T-T-A. T-T-A wäre hier. Ich sag's ja nicht gerne. Ich sag's wirklich nicht gerne. Ja. Nein. Nein. Susan. Ich verstehe das nicht. Ich war mir sicher, dass es Clarkshaar sein würde. Ich muss ihn gehen lassen. Lass ihn gehen. Will ich aber nicht. Das riecht man drei Kilometer gegen den Wind, das der Dreck am Stecken hat. Sie können gehen. Tut mir leid, dass Ihr Plan nicht aufgegangen ist, Frau Ermittlerin. Vielleicht sollten Sie über einen Karrierewechsel nachdenken. Ich bin noch nicht fertig mit Ihnen. Oder sich an das, meine Liebe, denn ich... Ich bin hier fertig. Ich hatte keine andere Wahl, als zum Haus der Armstrongs zurückzukehren und zu Sam Morrow zu verhaften. Ähm, ach so. Der Haftbefehl gegen Suzanne Morrow. Suzanne wurde von Clark und Noah reingelegt. Sie sind die Entführer. Aber ich werde nicht aufgeben. Wenn Suzanne vor Gericht steht, werde ich für ihre Verteidigung kämpfen. Aber fürs Erste hat der Staatsanwalt das Sagen. Wenn ich einer Ermittlerin bleiben will, hat er immer das letzte Wort. Also ich bin ganz ehrlich, ähm, es ist zu offensichtlich, dass das Haar da platziert wurde. Wer lässt schon, ne, ein Haar so dazwischen klemmen? Das fällt auf und ist zu offensichtlich. Denn die Tür steht weit offen. Seltsam. Jetzt sind wir auf jeden Fall hier. Ich hab's geahnt. Ich hab's geahnt. Miss Morrow, können Sie mich hören? Ich bin's, Ermittlerin Locke. Sie müssen jetzt aufstehen. Miss Morrow? Die Frage ist nur, war sie es tatsächlich selber oder... Miss Morrow, können Sie mich hören? Suzanne Morrow ist tot. An ihrem Körper gibt es keine Spuren von Schlägen oder Verletzungen. Sie scheint sich gegen niemanden gewehrt zu haben. Das macht man in der Regel auch nicht, wenn man Schlaftabletten nimmt. Es scheint, als hätte sich Suzanne durch die Einnahme all dieser Medikamente selbst das Leben genommen. Es scheint so, ja. Aber ich bin ganz ehrlich, ähm... Es kann natürlich sein, dass sie dem Druck nicht standgehalten hat, aber mein Gefühl sagt mir, dass es der Komplize gewesen ist. Das Buch bringt uns ja auch nicht weiter. Hat sie... Ach so, hat sie noch irgendwas ins Tagebuch geschrieben vielleicht? Guck nochmal, ob hier unten noch irgendwas Neues drin ist. Stimmt, wir brauchen den Schlüssel ja sowieso. Ne, das ist gar nicht der Schlüssel, ne? Ach, wer haben denn den Schlüssel noch? Okay. Susannes Tagebuch ist verschwunden. Mhm. Okay. Jetzt bin ich überzeugt davon, dass sie es nicht selber gemacht hat. Sehr geehrte Mrs. Miro, bitte entschuldigen Sie diesen Brief. Dr. Adams war mehrere Tage lang nicht in der Lage, sie zu erreichen. Wir wollten Ihnen mitteilen, dass Ihre Mutter in der Nacht zum Samstag, 29. März, friedlich verstorben ist. Bitte setzen Sie sich mit uns in Verbindung, wenn Sie Hilfe bei den Vorbereitungen für Ihre Beerdigung wünschen. Oder wenn wir sonst etwas für Sie tun können. Mit freundlichen Grüßen, Adelaide Franklin, Verwaltungsangestellte. Steht kein... Naja, gut, es muss halt vorm 29.03. passiert sein. Susanne hat die Wahrheit über ihre Mutter gesagt. Oh Gott, ich muss mir das aufschreiben. Ich weiß, ich weiß. Ich schreibe mir das auf mit dem 29.03. Brief verstorben. Weil das kann natürlich sein, dass da irgendwas nicht passt. Ich weiß es nicht. Noch bin ich nicht so weit. Ich weiß auch gar nicht, wie viel wir heute eigentlich haben. Ich habe Daisy getötet. Ich hatte Angst, dass sie es verraten würde, wenn ich sie lebend aus der Hütte lasse. Das ist totaler Quatsch. Ich kann nicht mit mir selbst und dem, was ich getan habe, leben. Was war das Kindermädchen? Sie ist für den Tod des Armin Kindesverurteil. Wie lange kann ein Kindermädchen sowas tun? Ich hoffe, die Polizei sperrt sie lebenslang an. Miro verdient es nicht zu leben. Ja, gut. Die haben alle Paragrafen davor. Also wahrscheinlich werden das die gleichen Trolle sein, die irgendwie angestellt wurden. Oder einer von den beiden hat es gemacht, um die halt eben fertig zu machen. Okay. Bestetigen will ich natürlich nichts, aber ich muss damit interagieren, oder? Sie muss gemerkt haben, wie sie benutzt worden war. Der Tod ihrer Mutter hat das Fass dann zum Überlaufen gebracht. Und das selbstgerechte Gericht der sozialen Medien war so schnell wie immer dabei, sie zu verurteilen. Tja. Die Frage ist jetzt nur, wo ist jetzt ihr Tagebuch? Da kann man nichts anderes mehr nehmen. Und warum steht die Tür unten offen? Das wäre dann noch die nächste Frage, die zu klären wäre. Weil, wenn sie das wirklich getan haben sollte, warum sollte die Tür offen stehen? Andererseits, wenn jemand sie versucht umzubringen, oder sie halt umgebracht hat, warum sollten die unten die Tür offen lassen? Das ist natürlich auch noch die andere Frage. Halt, stopp. Es wurde nichts angerührt. Es ist, als ob Daisy jeden Moment hereinspazieren und anfangen könnte zu spielen. Hm. Gut, im Endeffekt war jetzt nur noch der eine Typ da. Die Frau ist ja mit der Fehlgeburt gestorben. Da habe ich schon geguckt, ne? Hier kann man auch nichts mehr... Ich nehme mal an, dass man draußen weiter gucken muss. Aber ich gucke trotzdem mal, ob ich hier noch irgendwas... sehen oder machen kann. Ich weiß auch nicht, wie groß das Anwesen hier ist. Kommt auch noch hinzu. Kann ich einfach drüber laufen? Nein, kann ich natürlich nicht. Es wäre ja auch zu einfach. Hinten ist er auch nicht. Und hier versperren uns absichtlich die Dinge den Weg. Muss ich denn was kombinieren? Untersuche den Tod, ja. Ich muss verstehen, was passiert ist. Ein Hinweis fehlt uns noch. Aber der müsste dann ja theoretischerweise in ihrem Zimmer sein. Nehme ich mal stark an. Trotzdem ist es irgendwie seltsam, dass hier die Tür offen ist. Also das ist ein Detail, was mich irgendwie stört. Bin ich ganz ehrlich? Das haben wir beides. Öffnen können wir hier auch nichts. Das einzige, was wir jetzt nicht mehr gemacht haben, das sind die Taschentücher. Die haben wir jetzt nicht nochmal extra durchsucht. Das sind halt nur die Taschentücher, so wie es aussieht, ne? Nichts draufgeschrieben oder versteckt oder so. Da können wir jetzt auch nichts Neues mehr mitmachen. Hatten wir da noch irgendwas? Ja gut, das Ding... Ach so. Okay. Spricht Ermittlerin Locke, Sir. Ich bin im Haus der Armstrongs. Haben Sie Susanne Meroe verhaftet? Sie ist tot, Sir. Dem ersten Anschein nach Selbstmord. Aber die Spurensicherung muss sich das näher ansehen. Hat sie sich aus Reue über ihre Beteiligung... ...an dem Verbrechen umgebracht? Das wissen wir noch nicht. Ich rufe jetzt die Spurensicherung an. Aber ich wollte Ihnen nur kurz Bescheid geben. Was für ein Chaos. Bleiben Sie vor Ort, bis die Spurensicherung eintrifft. Ja, Sir. Ich bleib hier. Die Ermittlung wurde offiziell eingestellt. Ich war mir sicher, dass sie unschuldig war. Clark war für vier Todesfälle verantwortlich... ...und hatte sich dann in Luft aufgelöst. Mit einer Million US-Dollar. Allerdings wurde das Geld markiert... ...und lässt sich nicht so leicht ausgeben. Es war mir egal, ob der Fall offiziell abgeschlossen war. Monsieur Poirot... ...ich habe geschworen, dass ich ihn um jeden Preis zur Strecke bringen werde. Ich wartete auf das Team der Spurensicherung... ...und ging dann auf die Wache... ...um meinen Bericht zu schreiben. Ich war offiziell vom Fall abgezogen. Merci, Mademoiselle Aberreux. Das kann natürlich nicht der Abschluss Ihrer Geschichte sein. Darf ich Sie etwas, Frau Gön? Natürlich. Der Chat war Noah Mademoiselle Muroes Freund. Der Chat war Michael Clark, der Reporter. Ich kann mich jetzt nicht mehr so an den erinnern, aber nee, so sah er definitiv nicht aus. Der Freund von Susan Muroe, der Sie manipuliert und die Hütte niedergebrannt hat. War das Ratchet? Nein, das war ein Komplize. Clark, der falsche Journalist, war der Anführer. Michael Clark, der Reporter, war Ratchet? Ganz genau. Ich war die einzige Strafverfolgungsbeamte, die Clark befragt hat. Ich wusste, dass dies nicht seine erste Entführung war. Sie haben nach ähnlichen Fällen gesucht. Das, was die Amerikaner M.M.G.s nennen. Mittel, Motiv und Gelegenheit. Genau. Ich habe nach jemand Offensichtlichem gesucht. Jemand, der am Rande eines Entführungsfalls steht. Eine offensichtliche Person. Jemand, der die Ermittlungen im Auge behält. Ein unschuldiger Zeuge, ein besorgter Nachbar. Sogar ein anderer Reporter. Und schließlich haben Sie einen Namen hinter einem Pseudonym gefunden. Ja, ich habe einen Namen gefunden. Kassetti. Der richtige Name. Der richtige Name des Mannes, den Sie Ratchet nennen, ist Kassetti. Das erklärt Willis, Mademoiselle. Aber nicht alles. Das erklärt, warum sie unsere Hauptverdächtige ist. Aber nicht, wie sie in diesen Zug gekommen ist. Sehen Sie? Sie ist ganz blass geworden. Ich... ich weiß nicht, was mit mir los ist. Entschuldigen Sie, Monsieur Porro. Ich fühle mich nicht sonderlich wohl. Sie sind erschöpft und spüren immer noch die Wirkung des Medikaments. Bleiben Sie bei uns, Mademoiselle. Nur noch eine weitere Frage. Ich muss wissen, wo Sie sich zuletzt aufgehalten haben. Ich habe mir ein Ticket gekauft und den Zug unauffällig betreten. Das habe ich mir gedacht. Sind Sie direkt in dieses Zimmer gekommen? Ja. Ja, und abgesehen von ein paar vorsichtigen Ausflügen zu den Damen-Toiletten gestern, habe ich diesen Raum nie verlassen. Ich wollte nicht von Ratchet entdeckt werden. Gestern habe ich mit meiner Zimmergefährtin geplaudert. Eine Miss Schmidt, glaube ich. Hier in unserem Zimmer. Sie brachte mir etwas zu essen. Ich wurde sehr schläfrig und nickte allen. Und jetzt nickt sie wieder ein. Soll das ein Scherz sein? Sie täuscht es mit Sicherheit vor, damit wir sie nicht weiter befragen können, Poirot. No, Book. Sie scheint wirklich wieder eingeschlafen zu sein. Es ist meine Schuld. Ihr müsst letzte Nacht eine gefährliche Dose Schlaftabletten verabreicht worden sein. Die Wirkung sollte bald nachlassen, hoffe ich. Aber ich fürchte, Sie zu bitten, uns Ihre Geschichte zu erzählen, war zu viel für Sie. Kneifen Sie sie, Poirot. Sie täuscht es vor. Ihre Pupillen sind geweihtet. Sie täuscht nichts vor. Und es wird auch hier niemand gekniffen. Dr. Konstantin, bitte bleiben Sie bei ihr. Monsieur Book, bitten Sie die anderen Passagiere, sich im Restaurantwagen zu versammeln. Es gibt noch viele Fragen zu stellen. Aber alle zusammen? Werden nicht einige mitbekommen, wie Sie die anderen befragen? Ich werde leise sprechen. Mir fällt das leicht. Und die Passagiere werden leise sprechen, weil es in ihrem Interesse liegt. Nun gut, ich werde tun, was Sie sagen. Ja, wir haben ein neues Rätsel entdeckt. Zumindest steht das da. Und ich würde sagen, da jetzt so alles inhaltlich schön abgeschlossen ist erstmal und die gute Madame wieder am Schlafen ist und es irgendwie scheinbar nicht Mord im Orient Express zu heißen, heißen sollte, sondern Mord durch Schlaftabletten anscheinend, würde ich sagen, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen und den Rest dann in der nächsten Folge sehen. Bis dann. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.